Was meinst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, der in die Werft das besucht. Und der Mann? Klar. Der weiß, was sie braucht. Und sie gesucht. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Oder Mann? Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept.